Hallo liebe Heimkino-Fans, heute brauche ich eure Hilfe. Seht euch jetzt mal anschließend das Video an. Da haben wir Möbel mit Automatisierungen in verschiedenen diversen Ausführungen, die demnächst eventuell kommen sollen. Und ich brauche jetzt eure Kommentare, wie ihr die einzelnen Typen empfindet und welches das Beste ist. Film ab! In front of you, new wealth too. I know it's a bad day, catching every teardrop. Try to tame a hurricane, wish you didn't feel a lot. But if you try to embrace, rather than push away, you will find this place, getting better day by day. Day by day Day by day Day by day Big feelings Coming closer It's okay Day by day 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 Vielen Dank.